In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Grundlagen von Open Educational Resources, also OER, vor. Ich gehe davon aus, dass der Begriff OER zwar für viele Lehrkräfte noch neuland ist, dass sie aber das Prinzip dahinter sehr gut kennen. Denn Lehrkräfte sind ja quasi schon seit den Zeiten von Papier und Schere und Klebestift immer sowas wie Remix-Künstler und Remix-Künstlerin gewesen. Und OER ist jetzt sozusagen eine konzeptionelle Antwort auf die Umstände, unter denen wir im digitalen Zeitalter Materialien remixen und mit anderen teilen können. Darauf aufbauend möchte ich Ihnen dann das theoretische Grundgerüst von OER in drei Schritten vorstellen. Schritt 1. Was macht eigentlich den Unterschied aus zwischen kostenlosen Materialien aus dem Internet und Open Educational Resources, OER? 2. Wie lautet die offizielle Definition von OER? Und 3. Was hat es mit diesen beiden Buchstaben, nämlich den 5V-Freiheiten auf sich, die Offenheit oder Freiheit mit sich bringen? Das Kapitel besteht, wie die nachfolgenden Kapitel übrigens auch, aus einer Kombination aus Textabschnitten, einem Erklärvideo, in diesem Fall auch einer Infografik. Und außerdem haben wir kleine Quizfragen und Reflektionsaufgaben eingebaut, mittels derer Sie für sich selbst, Ihr Lernen überprüfen und vertiefen können. Los geht's! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017